Und Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil. Vielleicht der letzte Teil oder eher nicht, ich hab keine Ahnung. Ich hab mein Inventar ein bisschen aufgeräumt und ich hab jetzt noch so viel Munition für das sinnlose Gerät da. Wir können jetzt alles mit der Shotgun machen. Aber ich will die Viecher brennen sehen und deswegen nehmen wir jetzt einmal den Granatwerfer mit. Schauen. Oder Säure zerfressen. Ähm. Wir gehen nach rechts. Oh, da ist's. So, keims her, ihr scheiß Viecher. Tio. Tio. Opala. Huuu. Burn. Motherfucker. Haha. Red Shot. Huuu. Huuu. Da hat er ja Explosion. Explosion draußen gehen. Huuu. 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 Dann switchen wir auf... Säuge. Ich muss da alles ablaufen. Draußen hat's gerade einen Crash ergeben. Chaim... Much Empire. Ja, danke. Da oben müssen wir den Treibstoff herbringen. sehr gut. Naja, in der Nachbarschaft hat sich gerade eine Show gefordert. Die Leute feiern schon am 30. Bauerensilvester. Ja, nicht mehr so lustig, wenn sie die Säuge in deinen Körper nicht mehr so lustig. Ja, nimm's mit. Naja, mehr so lustig. Verdammt, der hätte mir jetzt nicht kommen dürfen. Ah, die letzte Maudisk. Ah, sehr gut. Nein, da müssen wir alle da wegpusten, umso lange noch Geräusche gibt's da neu rein. Äh, einen Moment, ich muss, ähm, ich kann da auch noch ein bisschen aufräumen mit dem Gerät. Das ist ja lustig mit dem Granatenwerfer. Äh, lustig. Wie peinlich, oder? Kein einziges von euch hat mich immer getroffen. Der ist gewaltig. Wie mein Penis. Ja, ich mein... Okay, der eine Hit, das war wegen einmal das Auto-Aim. Ich muss mich im Stich lassen. So. Das war's mit euch, Penner, gell? Gut. Das war der erste Fakt des Tages. Und da ist alles frei. Ja. Oh ja, da in dem Labyrinth kenne ich mich schon wieder überhaupt nicht aus. Mhm. Passt. Hätten wir das alles aufgeräumt, wird's ein Schuss mit den Gerät. Öff, Schuss? Ja, okay. Ähm... Ja, passt. Zurück geht's. Modisks hätten wir alle drei benützt. Dem Parry haben wir die Waffe gegeben. Anscheinend schaut's so gut aus, dass wir das Spiel hoffentlich einmal positiv das Beste eintaben und positiv abschließen können. Ja, das ist das letzte wahrscheinlich. Das letzte Video von meinem Let's-Blood. Aber zuerst... ...holen wir... ...unser Freund ab. Beep. Beep! Life is like a hurricane here in... Duckburn. Die Musik, die passt überhaupt nicht zu dem Raum, oder? Aber der Soundtrack ist schon cool von dem Spiel, muss ich sagen. Überraschung! Hallo, Freund. Chris! Du bist so жив! Natürlich bin ich so. Jill, es ist so großartig. Und ich glaube, wir sind nicht Teil der Äquation. Ich muss dich rauskommen. Es wird nicht öffnet. Warte, ich werde wieder zurück, um dich rauszukommen. Okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Herr. Ja. So, wir holen den Treibstoff, schalten den Hauptlifter rein, besiegen den T-1000, holen Chris und flüchten zum Helikid. Auf den warten, so irgendwie. Machen wir das, gell? Äh, Treibstoff gab's hier. Ja. Kapsel einsetzen. Ja, dann, dann dank noch dein Spezial-Treibstoff. Sie haben folgendes. Hauptbestandteil dieses ist eine Nitro-Verbindung. Durch Rennen könnte sie tödliche Explosionen ausgelöst werden. Das heißt, wir gehen. Ganz gemütlich. Ja, ähm, ich habe eine akustische Sneak-Beöffentlichung von euch für dein nächstes Let's Play. Eigentlich wollte ich ja ein Retro-Spiel spielen. Hopst mir dann runtergegangen. Es ist für den alten Nintendo. Das schaut so scheiße aus, dass ich das euch nicht antun will. Okay, es ist wirklich ganz, 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 ganz alt und late. Mir gefällt's nicht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber, das Gute davon, es gibt ein HD-Remake davon auf Steam. Jetzt im Steam-Sail, ähm, ähm, im Sonderangebot. Und ich glaube, wir werden das kaufen und dann für euch Let's Playen. Jetzt kommt das Audio-Sneak-P Take. Life is like a Hurri-Kane here innehmenhel席. Nannannennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennсьer Buseen estànt so ? D-d-d-d-danger! Nein, habt ihr es erkannt? Ja! Wir werden DuckTales HD Remaster, Remake irgendwie spielen. Glaube ich halt. So, das ist ja viel ich gerne spielen. Der Sound ist ja legendär. Aber... Die Frage ist nur, ob es auch wirklich so gut ist und ob ich einen Plattform Jump'n'Runner ohne Safestats überlebe und durchstehe. That is the question. Danke. Yay! Wir haben wieder Strom. Life is like a hurricane. Ich weiß gerade nicht, wie es aufs Deutsch geht. Ich weiß nur... V-v-v-vorsicht, es geht abwärts, aber sehen Sie? Und im eigentlichen Original heißt es... Da-da-da-da-danger. Bam-bam-bam-bam. Ich hätte es eigentlich auch als einen Raum machen können. Was reg ich mir auf? Was regst du dich denn auf? Wir haben wieder Strom! Ja... Und den muss ich gar nicht einschalten. Leute, ich hab keine Ahnung mehr. Wurscht! Wir haben wieder Strom! Wir haben wieder Strom! Ach, wir gehen im Kreis. Da-da-da-danger! Ja, liebe Leute. Wir wissen, was das bedeutet. Der Tyrand steht uns im Wege. Und da wir den Tyrand bekämpfen, benutzen wir die Tyrand-Munition. Das ist jetzt Endgame-Boss-Level-Boss-Fight. Und da kommt mir meine Magnum zur Hilfe. Dann... Gemischte Kraut. Gemischte Kraut... Gemischte Kraut... Ein Inventar, bloß los mal frei! Let's dance! For the first time in my life! Wie viel Schuss hab ich jetzt? 24? 30 Schuss? Ich hab 30 Schuss. Na ja, aus Sicherheit nehmen wir noch die Shotgun mit. Na ja, das muss man brauchen wahrscheinlich, aber... besser mithaben und nicht brauchen als Nate mithaben und brauchen. Okay, wir holen den Lift. Barry Burton, Ladies and Gentlemen! Ja, wenigstens. Mein Controller vibriert. Meine Spinneninstinkt vibriert. Sante, ist der Shotgun Shells? Tatsächlich. Ha! Das war mir schon ganz schön. Wesker! Danke, Barry. Silber Serpent. Oh, nicht auf Barry für alles. Ich verstehe, dass seine Bedeutung und zwei Lieblingsfrauen in Gefahr sein werden. Wenn er nicht alles tun kann, was ich ihm sagen. Oh. Wesker, du bist pathetisch. Was? Du musst nicht zu viel überraschieren, dear. Du bist frei von all das, von allem. Warum Eliminate Stars? Believe es oder nicht, das ist Umbrella's intention. Ach, du bist nur ein Slave von Umbrella. Smart girl. Aber ich glaube, dass du mich nicht verstehst. Die Dinge, die du erwähnt hast, sind nichts. Ich werde alle, mit diesem ganzen Laborator. Die Dinge, die du nicht auf dem Boden bist. Barry, geh auf den Boden und warten. Barry? Du musst dich lieben, Barry. Er muss wirklich Angst haben, um Umbrella. Du und Umbrella haben seine Familie genommen. Du... Du wirst. Umbrella? Ich habe ein paar Karate und Sticks benutzt, aber es hat nichts zu tun mit Umbrella. Ich habe nur den Barry für meine persönlichen Interessen. Obwohl, du und du und Barry fühlst, dass ich mich folgieren. Was? Was du planst? Ich glaube, es ist Zeit für Show & Tell. Ja. Oh, ho, ho, ho. Close, kids. Es ist großartig. Mhm. Für die Sache von dieser Sache. Du wißt du, ich liebte Schmerzen. Barry! Entschuldigung... ... mich? Nein, du bist nicht zu schmerzen. Es ist Umbrella und Wesker. Mhm. Even if it meant my family, I couldn't bear turning my back on my friends again. Shit! Lass uns tanzen! Dammit! Hahaha! The ultimate bioweapon. Jill and Barry, together. In hell. You want a piece of me? What? Premature. Premature. No, Barry! Wacken! You viral cultured freak! Haha! Sorry... Was? Und wir laufen... ... dem... ... ganz... ... da! Drei... ... vier... Wir haben nicht laufen ge... ... 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 Nöter. ... ... ... ... ... ... Äh, bist du auch wirklich tot? Schaut's aus. Zuerst, lass uns einfach rauskommen. Unglaublich hässliche Wesen. Ohne zwei rennen sie mit einem Magnum und dummen Doubleteam. Da ist nichts mehr zu tun, gell? Ja... Ja... Was machen wir? Wir geben den Shotgun... Wir werden noch ein paar Zombies unterschießen müssen, aber das machen wir gleich mit einem Magnum. Der hat er mal gesehen, ne? Keiner! Ja... Da hätte ich eigentlich die Shotgun noch mitnehmen können. Ich komme nur an einer Kisten. Wir sind vorbei. Irgendwie ärgerlich. Ich glaube da ist zwar Kugeln wir nicht für den Tyrant brauchen. Das Bier kommt hoch. Das Bier kommt hoch. Das Spiel ist auch gleich leer. Das war ja ein cooles Let's Play, muss ich sagen. Ich meine, ich bin schon so wie fertig gefahren, gell? Ich glaube nicht, dass wir der Tyrant am Schluss besiegt. Obwohl wir das mit Raketen werfen. Was machen wir doch nicht. Was machen wir doch nicht. Ja, ja, ich befreie dich da und du lässst voraus. Was machen wir doch nicht. Am Schluss merkt man schon, dass ich es auf mittlerer Schwierigkeit gespielt habe, weil ich auf dem Inventar, was ich habe. Zombies, oder? Nicht einmal. Wie? Die hat jetzt fix mit nackt Zombies gehend. Wurscht. Ähm. Ja. Wenn man mal in den Daumen schaut, dann weiß man so viel Hilfe uns zeigst und alles was ich habe. Da kann ich jetzt noch speichern, gell? Aber das ist auf das Scheiße. Wie ist das? Dann wären wir da vorne, hätte ich gesagt. Das ist unsere letzte Chance. Das ist unsere letzte Chance. Äh, warum ist denn da hinten da? Ja, 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 ja. Wie schaut das auf der Map aus? Okay, das brauchen wir. Dazu haben wir natürlich keinen Bloodstrahl. Deswegen benutzen wir ein Deschere Supercharter. Ja, 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 das haben sie absichtlich gemacht, dass man zumindest einen Inventarplatz freilassen, ne? Für den Kanatwerfer! Ja! Dammit! Wir sind fast da! Jill! Du bist einfach in Kontakt mit Brad! Nein! Wir können es machen. Jill? Ladies first! Ladies first! Fackig! Ist ja... Nicht einer bist du ihn. Nicht einer bist du ihn. Ich bin der einzig gute Ausrüster da in dem Spiel. Ja, wir sind leer. Zwei Minuten bis zur Betonung! Nation, Nation, Nation! Möchten Sie die Signalraketen aufglauben? Ja! So, wir gehen da her, glaube ich, in den Mittelpunkt. Und benutzen sie. Ha! Hm? Jill! Du hast es geschafft! Du hast es geschafft! NEMESIS Teil 2! Warum sage ich immer NEMESIS? Tyrant Part 2! Dote! Ja, einmal ganz kurz durchatmen, so und jetzt gehen wir es an. Huuuut, er hat einmal g'sesen, gell. Ja, spülen darfst du nicht mit dem Gerät, gell. Haha, das war geil. Wer immer du bist. Danke für den Raketenwerfer mit vier Schuss. Ja, sechs, zwölf Schuss hätte man verbrauchen können, gell. Wie befriedigend. Alphateam's finest, I'm a member of STARS. Grüß dich, Brad Vickers, Zombie aus Resident Evil, Teil 2. Wenn ich jetzt nicht explodiert war, dann war ich wirklich Augfräsen auf der Schule. Ja, wir haben ein Space Stand, glaub ich, gell, sozusagen. Barry lebt, Chris lebt, wir sind müde, ich habe ein Space Stand. Wir haben es geschafft! Auf nach Europa! Obwohl Chill eigentlich in Recon City bleibt für Resident Evil Nemesis. Was ich übrigens auch Let's Played habe. Schaut's an, ist ein gutes Spiel. Nicht so geil wie das, aber es ist ein gutes Spiel. Ahhhh, also ich krieg's C wahrscheinlich. Grade C fürs Durchspielen, sag ich einmal. C oder B, aber A oder S, jetzt so was Gutes krieg's ich ja nicht, weil ich viel zu lang dafür gebraucht hab, glaub ich. Und zu viel gespeichert, aber so. Jedenfalls war das mein Let's Played von Resident Evil Remake. Eventuell wär's, ich mein, ich persönlich wär sicher noch ein paar Mal hier spielen. Aber, Let's Played wär's höchstwahrscheinlich... Mhhh, wär's mehr mal. Mhhh, wär's mehr ein paar Mal hier rein? Mhhh. Mhhh, wär's der zum Thema? Mhhh. Mhhh. Mhhhh. Mhhh. Mhhhh. Ja, zweimal, dreimal, viermal, eh ein sauberes, gell? Aber nicht alles ist da. Ja... Das ist eine scheiß Auflösung für einen Abspann eigentlich, übrigens. Ja... Resident Evil Biohazard HD Remastered. So heißt das in meiner Steam-Bibliothek. War ein gutes Spiel. Sieben Stunden in-game momentan. Capcom. Also das Remake ist super gemacht und wir freuen uns alle auf das Remake von Resident Evil. Achievement, like a tanning candy from a baby, not in the mood to die. Okay. Erledigte Kreaturen. 1,70. Abgefeuerte Schüsse. 267. Verbrauchte Farbänder 10. Verwendete Heilungsobjekte. 18. Spitze Zimstuhl. 30. Chill hat ein neues Kostüm. Yay! Äh, kriegen wir da jetzt... Wir speichern da einfach drüber, überschreiben, ja. Noch einmal. Ja, fertig! Äh... Ach, haben wir da eine Galerie? Oh, es ist gesperrt, so scheiße. Mitwirkende Bestenliste... Ich hab keine Ahnung. Okay, das sind alles Cheater. 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 Ich bin 17.000 da. Ja, man muss schon sagen, es war schon... Schon sehr einfach, gell. Freunde, ich hab keine Freunde leider. Äh... Handbuchoptionen, noch einmal. Was passiert, wenn wir das laden? Das zeige ich jetzt noch. So wie jedes Mal. Okay, dann kann ich da noch einmal. Ja, danke fürs Reinschein. Ja, danke schön. Es war mir eine große Ehre. Wir sehen uns beim nächsten Spiel. Let's Play. Vom Steinchen. Und... Ein gutes neues Jahr! Denn morgen ist Silvester! Haha, und mit einem Zombie im Auge. Oder mit einem Wechsel. Elektrisierten Feuerwerkszombie schließe ich hier ab. Macht's gut. Danke. Baba. Tschüss. Auf Wiedersehen.